Es ist schlecht gelaufen? Das kann nicht sein. Du machst nur einen Witz, oder? Nein. Aber es lief doch alles gut. Schon, aber Gregorio ist offensichtlich nicht der gleichen Meinung. Das Einzige, worin ich nicht gut war, war Tanz. Ich wusste, ich muss dafür irgendwann gerade stehen. Jetzt geh und lass dich feiern, denn du bist eine Schülerin dieser Schule. Hast du gestanden? Das ist der Hammer. Morpo, hast du geschockt? Du bist noch gar nicht gelaufen. Wie sieht's bei dir aus? Oder hast... Was ist los? Gregorio ist los. Ich... Ich hab nicht bestanden. Das kann nicht sein. Es ist unfair, wieso hast du nicht bestanden? Na klar, er kann ihn nicht ausstehen und hat ihn durchfallen lassen. Aber das letzte Wort ist nicht gesprochen. Francesca, lass es gut sein. Jetzt hätte nur noch gefehlt, dass ich nicht weiter der Assistent von Beto bin. Ihr habt mich gerufen? Mein Glückwunsch, Thomas. Gut gemacht. Ab heute ist es so, dass er nicht mehr einfach nur Thomas die rechte Hand ist, sondern jetzt ist er voll und ganz Schüler in diesem Studio. Seien Sie nicht zynisch, Sie sind schlimmer als Gregorio. Thomas wurde nicht aufgenommen. Er wurde nicht aufgenommen? Nein. Aber wieso? Verzeihung. So viel ich weiß, hat er zwei linke Füße, aber bestanden ist bestanden. Mit zwei linken Füßen kommt man offensichtlich nicht weiter. Wahrscheinlich bin ich nicht nur beim Tanzen durchgefallen. Das kann nicht sein, nein. Ich verstehe nicht. Wissen die denn die Noten nicht? Doch, ich weiß die Noten, Violetta. Und ich habe gesehen, dass Thomas bestanden hat. Äh, ganz ruhig. Es muss sich um einen Fehler handeln. Ich werde mich darum kümmern. Bleibt hier und privat Ruhe. Äh, ganz ruhig. Da. Zder. Ja. Da. Da. Vielen Dank.